So, und da sind wir auch schon wieder zurück zu Let's Play GTA V Ach Mensch Na gut, darauf gehe ich jetzt erstmal nicht ein Ich starte mal das Ganze, da hat der Sude nur eine Nachricht geschrieben So, haben wir denn was zu tun? Haben wir denn, ich glaube wir müssen zurück nach Los Santos Genau, wir sollten ja eigentlich zu Salomon Da fahren wir jetzt einfach mal hin, das machen wir jetzt einfach mal So, andere Richtung aber So, na gut Dann geht's auch los Irgendwie hackelt das gerade hier, ich hab doch gerade das geändert Hm, keine Ahnung So, auf jeden Fall fahren wir erstmal zurück nach Los Santos Das war, Alter Wie ich sprache, würde das 3 Millionen Jahre dauern So Naja gut, naja gut So, gespeichert haben wir Alles mit der letzten Mission, das hier mit der Polizei und der Armee Das war für mich eigentlich das Schlimmste Die schlimmste Mission bisher Die eigentlich schwierigste sogar Weil es war ja nicht einfach, wir haben zu filmen Na gut, das war, na gut, das andere war ja hier mit der Kamera, mit der Alien zu filmen Das war, naja, das war jetzt hier Das musste richtig erwischen Dann musst du auf großem Bild spielen und nicht so auf dem kleinen wie ich Ich seh's ja nur hier klein Ich seh's ja nicht auf dem ganzen Bild Wie gesagt, das ist ja nur der Crapper und deswegen Ist das nur ein kleines Bild So, und da sind wir auch schon wieder zurück nach Los Santos Da sehen wir die Skyline So, ich nehm mal kurz die Abkürzung So, einfach mal abgekürzt Brauchen wir nicht den langen Weg zu gehen So Ich bin schon mal gespannt, was das Video geschrieben hat Ich glaube, es geht um eine Sache Aber das ist eine private Sache Das spreche ich jetzt nicht an dem Let's Play Oh Oh Hab ich jetzt Nee Soll ich den jetzt umbringen, oder was soll ich jetzt Von blauen Punkt nach Ich lass den jetzt einfach mal laufen Da kommen erstmal Motorradfahrer da raus Das hab schon Das war ja cool Was fährt da auch so schnell raus, ist die Frage Der Kleine So, wir fliegen mal ein bisschen Hui Äh, Falschabwort Wow Das war sehr gut Die Laterne hast du mal mitgenommen Alter, was war ich denn hier für den Scheiß gefahren? So, da haben wir auch Salomon Wie wohnt denn der? Wir müssen wahrscheinlich hier reinfahren Naja, ich glaube schon Wir müssen hier reinfahren Dann hier abbiegen Naja, da oben ist es schon Ich park einfach mal hier So Gehen wir einfach mal zu Salomon Salomon und Sterne So Auf und mal ein bisschen Und da oben haben wir es schon Hello Come in, come in Thanks You must be Michael Yeah You know, I used to have three secretaries Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending See, the ships are coming in But the walls will hold us Nelson in Naples Pluto I said Mars, you cocksucker Shoulder of Orion Two Devin Weston said you were a fan Huge fan Tell me, Michael Devin Weston Did he Does he want you to bump me off? No Not at all He said you were retiring But might need some help on a movie Only assholes retire, Michael Him and my son They want to put me out to pasture So they can turn this place into condos Or a theme park or something But this place is a dream factory Well, maybe they have different dreams Some days I don't blame them You know, they always say Never work with children or animals Well, I want to add to that list Never work with directors or actors Because this picture is going to kill me All right So what's it about? It's perfect Set in Liberty City Meltdown It's all being shot on green screen Right out back there We take a look at the financial crisis And then we boil it all down Into a really simplistic battle Between two yuppies Lots of training montages So what's the problem? Milton McElroy I cast him in the second lead Because he's cheap Zero talent, incidentally Well, he's got this new agent Rocco Pelosi He's been hassling us About renegotiating the deal So now He's holding up shooting Until he gets paid That sounds problematic It would be If the director wanted to shoot Anton Baudelaire Ever heard of him? That doesn't surprise me Now he's having a mental breakdown Pissing all over himself Who knows where? All right Looks like you got yourself that new assistant But no happy endings I love you already Ha 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 Gibt sich zu East Los Santos Okay, das werden wir auch machen So, auf jeden Fall Der hat mir gefallen, der Typ Der war ganz schön sympathisch Der Salomon Okay, dann fahren wir mal zum Treffpunkt Soll der eigentlich nicht so weit weg sind Hoffe ich mal So, wir geben ihm einfach mal Stoff So, nehmen wir hier das Autonaturische mit Das ist ja klar Das ist ja Unser Hauptberuf ist auf dem Hof Hey, Salomon So, ich entschuldige mich jetzt schon wenn ich mich hier daran verfahren habe Zweimal insgesamt Aber ich wollte jetzt auch den Gesprächenbild zu hören Deswegen bin ich da ein bisschen verdattelt gewesen Aber na gut So Okay, dann Fahren wir zu East Los Santos Na, komm schon Ach, Mann, ey Das gibt's doch nicht Hat man schon mal eine schnelle Karrestehne? Bloß die Autos im Weg So, da vorne ist es doch schon Was ja jetzt doch nicht so weit So glym Was K wob foldert Yes Bist du was spätmın? Peace Erreiche den Hubschrauber-Landeplatz ohne Rogo zu alarmieren. Okay, dann hier rein oder was? Ich gehe mal stark davon aus. Ich glaube, wir dürfen uns nicht erwischen lassen, oder? Ich glaube, es wird das nicht. Ich glaube, wir müssen von der anderen Seite rein. Ich gehe mal die andere Seite rein. Einfach mal hier versuchen. So, gibt es hier denn eine Leiter irgendwo? Wie soll ich denn da hochkommen? Wir müssen irgendwo... Ah, da ist die Leiter. Na, Alter, komm. Ruf mit dir. Da ist, da ist aber ein Typ, oder? Da ist auf jeden Fall ein Typ unten. Die Frage ist, kann man... Die Frage ist, kann man an denen vorbei? So, der Typ ist da unten. Da ist die Leiter. Sie müssen wir den Typen jetzt umbringen, ist die Frage. Okay. Also, sie sieht da unten, oder? Es ist vielleicht zu hoch, um zu erkennen, aber dieser Ruf wird auf ihre Hände hochkommen. Nein, Alter. Ja, nein, es ist noch eine Todesmacht. So, ich glaube, das war okay, ja? So, da vorne ist schon der nächste Typ. Wie kommen wir an den Unverschuldig vorbei? Jesus Christus, es ist heiß hier. Das wird eine schweizige Club sein. Jetzt ist es leicht. Scheiße, wird das nicht. Scheiße. Ach, fuck it, Alter. Ja, das wird auf jeden Fall nicht einfach werden. Mann. Das ist ja scheiße. Der eine Typ geht ja, aber der andere ist schon ein bisschen kniffliger. Was machen wir jetzt? Der Typ geht ja, das ist ja kein Problem. Hoffe ich mal. Nicht, dass er jetzt bloß Glück war. Aber der andere Typ, der ist ein bisschen ein Zacken schwieriger. So, wir warten jetzt noch mal die Leiter. Das wird uns auch nicht hören, ne? So, wir können nur einfach inspringen, bevor der anruft, ne? Das geht auch eigentlich, denke ich mal. Okay. Ich kann nur warten, bis er hier vorgeht. Wartet mal. Das mache ich mal. Der geht jetzt davor, ne? Jawoll. So, und wo jetzt lang? Kommen wir da hoch? So, wir können jetzt einfach hochgehen. Wir können auch spielen, wenn ich nicht durch dich, oder? So, das muss ich eigentlich gehen. So, das müsste eigentlich gehen. So, das muss ich eigentlich gehen. Hey, who's next? You got any kale chips? Nah, we don't got that. You want Molly? Molly? No, no, it's... There you are! Mr. Richards has been worried sick! Club ain't open, Snowbird. Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! No! Verpügle! Rocco, na, das bekommen wir ja wohl hin, denke ich mal. Na, komm her, Rocco. Du kannst doch nicht zu flasche. Du kleiner Wichser. Na, hier, komm. Auf die Fresse, du kleiner Wichser. Alright, Spray-Tan. We're gonna make a new deal. You leave my people alone, and I don't toss you off this roof. Alright, yeah. Okay, sure, man, sure. Alright. Let's get back to the lot. Steig in den Hubschrauber, okay? We're not going anywhere. Okay, we're not going anywhere. Okay, we're not going anywhere. But you can't bully talent, buddy. We're not shooting until I get a new deal. Can't bully talent? Just watch me. You're gonna be a good boy when I'm done. I don't know who you think you are. Jumped up to studio security? I ain't security. I'm Solomon's assistant. Ah, we're gonna be a good boy. Ah, we're gonna be a good boy. Let's talk. Artist to artist. Jesus, you're lucky we're not dead. Can I just say, I was destined this for the promise of strong drugs? I don't want to know, komische Manöver machen oder so. Keine Ahnung. I don't know how this is meant to change my opinion on the picture. It doesn't inspire me. Be reasonable. If you give me a rock, I'll do any picture you want. Okay, das scheint zu klappen. Enough of this craziness! Enough! Enough! Alright, I'll do this shitty movie. For the shitty money. I'll do anything you want. I'll blow you. And just stop! Finally! You come to your senses. I'll take you to the studio. Back to the studio. Begib dich zurück in the studio. Okay, das haben wir ja gut hinbekommen. Hey, no! I think you owe me a apology to Mr. Richards. Would I be in pain? No, you should apologize to me. I'm brutal honest, bud. You're not that good. It feels folded. You're lucky you're working at all. So, naja gut, das bitte rauch, das geht ja. I am an artist, dude. I'm sure apologizing. When you don't know him, you say, sorry for the misunderstanding, sir. And you will always, always appreciate the opportunity he's given you. Look, I just wanted a better deal. Everyone wants a better deal. Everyone's serving coffee, selling cars, typing in spreadsheets wants a better deal. But you got the best deal there is. You're making movies. Yeah, you're looking it that way. I clearly got a huge tax bill and payments to me and a beachside bungalow and chumash. Shut up! You're lucky. Remember that. I didn't have the opportunities you had. I give my left arm to do what you do. You're making a movie. It's not a movie. It's a cliché. Listen. You idiots think movies are about saying something new. Movies are about telling the same lies over and over again. Also, wieder Schlenker, der Heli. Where am I putting this thing down? When Devin Weston came to do a studio visit, use the empty water tank. Alright. Then we'll do the same. Put it there. The water tank turned pot pot. Setting it down. I know, Salomon is anxious to see you. Boah, ei, 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 ei. Das war ja eine Geburt. How about I call my guy go on a little jolly and call Salomon from wherever ever How about you see him right now and we go flying again if you even look like you feel a pissed head. What a wonderful surprise. Anton, my boy. You're an artist. I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic cliché ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love you. So, Salomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. Ah. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. and I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course, of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. You're too kind. No, no, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Das war der ja wohl gut gemacht, der Michael. Bestanden. Jawohl. Mr. Richards. Okay, Freunde. Da mach ich aber jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause, bevor es weitergeht. Und, ähm... Ja. Ich geh mal weiter. Und, ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit dem Michael oder mit einer anderen Person. Bis dahin, Freunde. Tschüss.